Hallo Leute, wie ab jetzt jeden Monat stelle ich euch kurz das neue Heft vor. Ist druckfrisch aus der Druckerei gekommen, woher auch sonst. Die meisten von euch haben schon den Briefkasten oder schon geholt, aber um kurz ein paar Worte dazu zu sagen. Titel Story Scorpions ist die Fortsetzung des Interviews, das Andreas Himmelstein und ich mit Rudolf Schenker bei sich zu Hause in der Nähe von Hannover gefilmt haben. Hatten wir auch auf der DVD drauf im letzten Heft. Ein sehr unterhaltsames Gespräch, wie wir fanden. Wie überhaupt Rudolf ein sehr unterhaltsamer Typ ist und immer Witziges zu erzählen hat und einfach authentisch ist. Der Typ steht so dermaßen weit über allen, den kann man einfach nur mögen. Anders geht das nicht. Sicherlich gibt es an den Scorpions ein paar Dinge, die muss man nicht toll finden. Gerade was die Band in den 90ern gemacht hat, das räumen die Herren aber selber auch ein. Und mit ihrem neuen Album haben sie unserer Meinung nach, oder nach Meinung aller, ich kenne gar keine andere Meinung, haben sie den perfekten Schlussakkord gesetzt für ihre tolle Karriere. Und weil das das Ende der Karriere ist, haben wir uns entschlossen, halt einen Klassiker-Titel zu nehmen mit einem Foto, das die Band repräsentiert, so wie sie zu ihren allerbesten Zeiten auf der Bühne ausgesehen hat. Meiner Ansicht nach eins der geilsten Live-Fotos, die überhaupt jemals gemacht worden sind. Zusammen mit Judas Priest's Unleashed in the East, obwohl man ja da weiß, dass das Foto komponiert wurde, also nicht wirklich live auf der Bühne geschossen ist, sondern da haben sich alle schön aufgestellt und verrenkt. Und das hier ist wirklich authentisch. So, und dann haben wir auch noch ein Poster von Judas Priest vom 1980er Castle Donington, wo wir auch gleich das Konzertplakat mit beigetan haben. Die Idee war von Thomas Kupfer, also wenn ihr euch darüber freut, könnt ihr euch bei Zompf bedanken. Priest vom selben Auftritt, auch ein super Killer-Live-Foto, finde ich. Airborne, gutes Live-Bild und mein persönliches Lieblingsalbum aller Zeiten, Heaven and Hell, Black Sabbath. Nicht deswegen ist es Poster geworden, weil es mein Lieblingsalbum ist, sondern weil die Scheibe auch im Jahr 1980 erschienen ist, wie einige andere Klassiker auch, wie überhaupt, ich glaube, mehr Klassiker als jemals in irgendeinem anderen Jahr. Wir haben halt eine Zeitreise ins Jahr 1980 gemacht und haben uns nochmal so die alten Sachen vergegenwärtigt. Klar, Back in Black weiß man und Maiden-Debüt weiß man auch und British Steel weiß man auch. Aber es gab halt so viele Klassiker der zweiten Reihe, die 1980 erschienen sind, die man vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hat. Und die kommen da, ja, die werden auch kurz angerissen und zumindest genannt und vorgestellt. Ja, und ansonsten haben wir ein Interview mit Accept geführt, damit klar wird, dass es sich hier nicht um eine halbgare Reunion handelt, selbst wenn Udo Dirk Schneider nicht dabei ist. Wir haben letzten Monat ja schon mal kurz über Accept gesprochen. Da lief hier im Hintergrund das neue Album. Diesmal haben wir auf der CD im Heft auch einen Song drauf, einen neuen Song des Albums. Und wenn ihr dann hoffentlich alle zum Rockart-Festival kommt, Pfingsten im Amphitheater in Gelsenkirchen, dann werdet ihr Accept in der neuen Besetzung sehen, wobei neue Besetzung halt nur den Sänger betrifft. Die anderen vier sind die gleichen, die auch die Reunion-Show beim Rockart gespielt haben. Und Marc Tornillo, finde ich, klingt auf dem Album wirklich super als Sänger. Hätte ich nicht gedacht vorher, als ich die Sachen im Netz gehört habe, die erste Jam-Session. Aber was jetzt dabei rausgekommen ist, nachdem die Band im Studio war, übertrifft meiner Meinung nach vieles, was Accept vorher gemacht haben. Natürlich nicht alles, das ist klar. Aber ihr müsst euch selber anhören. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute dann verdammt positiv überrascht sein werden. Ja, das sind wahrscheinlich jetzt auch genug Worte übers neue Heft. Ich freue mich darauf, dass ich einige von euch am Freitag bei der Festival-Warm-Up-Show mit D.A.D., mit Inquisitor, Wolf und den Black Thunder Ladies, das ist eine ACDC-Coverband, nur bestehend aus Mädels, in Dortmund, hier in Dortmund im FZW, treffen kann. Also ich hoffe doch, dass da viele Leute kommen, die dann auch hoffentlich beim Rockart-Festival dabei sein werden. Rockart-Festival wie immer Pfingsten im Amphitheater in Gelsenkirchen. Und ja, wir sehen uns da oder da oder nächsten Monat hier. Tschüss.